Die alten Zivilisationen haben daher viel Aufmerksamkeit auf die Positionierung von Orten wie Stonehenge und den Pyramiden gelegt. Wenn man die geografischen Breiten und Längengrade dieser Orte betrachtet, scheint es, als hätten sie ein spirituelles Netzwerk gehabt, da sie alle ziemlich genau auf den gleichen geografischen Breiten und Längengraden positioniert sind. Jedes Mal, wenn so etwas geschieht, erhöht es die Schwingung des Planeten. Ich möchte die amtierende Championin Julie Ryan zurück in der Sendung begrüßen. Wie geht es dir, Julie? Hallo, Alex. Es ist immer schön, bei dir zu sein. Vielen Dank, dass du wieder in der Sendung bist. Unser letztes Gespräch war sehr erfolgreich. Die Leute haben es wirklich genossen, aber wir haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, was passiert, wenn man stirbt, diesen Aspekt der Welt, der Fähigkeiten, die du in der Welt hast, in der Welt des Übersinnlichen, und du bist ein Buffet an verschiedenen Dingen, die du tust. Das war ein wirklich interessanter Aspekt, denn zu der Zeit habe ich diese verschiedenen Stadien, was passiert, wenn jemand stirbt und was du siehst, und so weiter, wirklich nicht verstanden. Wenn jemand diese alte Episode sehen möchte, bitte, klickt auf den Link unten und ihr werdet Links dazu finden. Aber heute wollte ich dich zurückhaben, denn seit unserem letzten Gespräch, das jetzt ein Jahr her ist. Es ist so viel passiert in der Welt, und es gibt so viele Dinge, die vor sich gehen, und ich wollte deine psychische Meinung dazu hören, und du sprichst ja mit deinen Geistführern und solchen Dingen. Also, meine erste Frage an dich ist, was denkst du, warum passiert das alles? Die Kriege, die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die politische Polarisierung. Ich habe es noch nie so schlimm erlebt in meinem Leben. Und ich habe die 80er erlebt. Und die 70er, also... Als Kind damals, ich erinnere mich noch, es war täglich, man dachte sich, ich weiß nicht, sie werden uns umbringen, aber diesmal. Diesmal scheint es anders zu sein. Was denkst du? Was sagt die andere Seite? Es ist ein 24-7-Nachrichten-Zyklus. Es war schon immer so. Und wir haben einfach rund um die Uhr Zugang zu den Informationen. Und wenn es blutet, steht es an erster Stelle. So läuft das Nachrichtengeschäft. Und je mehr Zuschauer sie dazu bringen können, eine Geschichte zu verfolgen, und es geht alles um Angst. Je mehr Zuschauer sie erreichen, desto mehr Werbeeinnahmen generieren sie, denn es basiert darauf, wie viele Leute zuschauen. Also könnten 5000 Menschen morgens auf dem Weg zur Arbeit fahren, und es gibt einen Unfall. Nun, sie berichten nicht über die 5000, die gefahren sind. Sie berichten über den einen Unfall. Und ich höre das ständig, Alex, von den Leuten. Und ich frage mich, kennen Sie den Bürgerkrieg in Amerika im 19. Jahrhundert? Man sagt, wir waren nie so gespalten. Kennen Sie den Bürgerkrieg? Es war der Norden gegen den Süden. Ich lebe in Alabama im tiefen Süden, wo die Meinung zum Bürgerkrieg sehr unterschiedlich ist im Vergleich zu Ohio, wo ich aufgewachsen bin. Wissen Sie, ich bin ein Yankee, der in den Süden gezogen ist. Also glaube ich es. Vieles davon hat mit dem Nachrichtenzyklus zu tun. Und Leuten, die rund um die Uhr Geschichten auf ihren Geräten verfolgen, die einfach weitergehen. Die Leute ständig aufwühlen. Und dann, um Himmels Willen, lesen sie die Bibel. Ich meine, die Bibel handelt doch genau davon. Es ist einfach zu deprimierend. Der Großteil davon. Es ist, als würde jemand, wissen Sie, jemand anderen vernichten. Durch die Geschichte hindurch hat man das dunkle Zeitalter und das eine oder andere erlebt. Ich glaube nicht, dass es schlimmer ist. Ich glaube, alles ist gleich. Wir wissen jetzt mehr. Ich bin überzeugt, es gibt einen Grund. Wir kommen hierher, um eine Erfahrung in jedem Leben zu machen. Unser Geist tritt ein und wir sagen, okay, ich werde an diesem Tag geboren. An diesem Ort, bei diesen Eltern, damit mein Leben eine Richtung haben kann, die es mir ermöglicht, zu erforschen und zu erleben. Und dann, während wir im Geisterreich durch das Leben gehen, habe ich unzählige Male vom Geist gehört, dass es kein Richtig oder Falsch gibt. Es gibt kein Gut oder Schlecht. Es ist einfach eine Erfahrung. Wohin gegen wir hier in der menschlichen Erfahrung richtig oder falsch, gut oder schlecht haben müssen. Weil wir hier sind, um zu erschaffen. Nun, wie können wir erschaffen, wenn wir wissen, was wir nicht wollen? Es hilft uns, das zu erschaffen, was wir wollen. Also brauchen wir diese Dualität, um erschaffen zu können, was wir erschaffen möchten. Und wenn man darüber nachdenkt, wir erschaffen den ganzen Tag. Was erschaffst du? Erschaffst du, was du zum Frühstück isst, was du anziehst, wie du zur Arbeit kommst? All das. Und deshalb sind wir hier, alles Teil des kreativen Prozesses, meiner Meinung nach. Am 8. April dieses Jahres gibt es eine große Finsternis. Ja, das passiert alle. War es 200 Jahre oder so. Genau dort, wo ich wohne, ist direkt unter dem Pfad der totalen Finsternis. Leute fliegen nach Austin, um die Finsternis von hier aus zu beobachten, denn ein paar Bundesstaaten weiter sieht es aus wie eine Viertelabdeckung und es gibt immer wieder verschiedene Abstufungen der Verfinsterung. Aber ich habe noch nie eine totale Finsternis gesehen. Ich habe partielle Finsternisse gesehen, aber noch nie eine totale Finsternis. Was hat dieses Datum für uns bereit? Ich möchte nicht so sein, als wüsste ich, dass es nicht der Maya-Kalender ist. Wir werden alle nicht sterben oder so etwas. Aber gibt es da etwas? Passiert energetisch etwas? Gibt es einen Grund dafür? Was passiert während der Finsternis, wenn überhaupt? Oder welche spirituelle Bedeutung steckt dahinter? Ich glaube, bei diesen Finsternissen, und ich erinnere mich an eine totale Finsternis, sagtest du, die 70er und 80er waren deine Kindheit. Ich war in den 70ern auf der High School und im College. Nun, weißt du, da ist es… Ich hätte deine Babysitterin sein können, Alex. Und ich glaube, und das ist meine Erfahrung, dass jedes Mal, wenn wir so etwas durchmachen, es das Schwingungsniveau des Planeten und der Galaxie und alles andere, was da draußen ist, erhöht. Deshalb haben die alten Zivilisationen dem so viel Aufmerksamkeit geschenkt, und sie haben so viel Wert auf die Positionierung von Orten wie Stonehenge und den großen Pyramiden und ähnlichen Dingen gelegt. Wenn man sich die Breiten- und Längengrade dieser Orte ansieht, ist es fast so, als hätten sie ein spirituelles Internet gehabt, denn es ist kein Zufall, dass sie alle ziemlich genau auf den gleichen Wissensee, Breiten- und Längengraden positioniert sind. Also jedes Mal, wenn so etwas passiert, erhöht es die Schwingung des Planeten. Und ich. Es ist meine Erfahrung, und ich glaube, dass jede Generation, die kommt, fortgeschrittener ist als die vorherige. Kleinkinder nutzen iPads, bevor sie sprechen können. Du hast kleine Kinder. Deine Kinder wissen, wie alles funktioniert. Ich kämpfe mit Technologie. Ein sechs- oder siebenjähriges Kind würde sagen, hier, lass mich helfen. Sie haben es drauf. Das gehört alles dazu. Ich liebe Astrologie. Und ich will immer das Wichtigste wissen. Ich bin Geschäftsfrau. Ich möchte die Quintessenz wissen, dass Saturn in meinem Plutomond im dritten Umlauf ist. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich muss auch nicht wissen. Sag mir einfach, worauf es ankommt. Wie wird das mein Leben beeinflussen? Ich denke, das gilt auch für Finsternisse. Wir müssen nicht alle Details kennen. Astronomie und all das. Faszinierend zu lesen, aber bedenkt, dass die Planetenschwingung jedes Mal ansteigt, wenn wir so etwas durchmachen. Interessant, denn viele Menschen haben große Angst vor der Sonnenfinsternis. Ich meine, überall online liest man, oh mein Gott, am 8. April wird es passieren. Oh mein Gott. Und ich nehme an, das ist alles. Es war das Jahr 2000-Problem. Es war der Maya-Kalender. Wir schauen immer danach. Nostradamus sagte dies. Wir suchen immer danach, dass die ganze Welt untergeht. Ich bezweifle, dass die Sonnenfinsternis das Ende der ganzen Welt verursachen wird. Aber es gibt keinen Grund zur Angst. Das willst du sagen? Nein, nein, nein. Das ist ein herrlicher Bestandteil, diese ganze Angstgeschichte. Wir sind alle für Angst programmiert. Und das müssen wir auch sein, denn sonst würden wir als Menschen nicht sehr lange überleben, um wieder diese menschliche Erfahrung zu machen. In dieser Inkarnation kommt unser Geist herein und wir wollen eine menschliche Erfahrung machen, Dinge erforschen. Und deshalb werden wir immer zu Angst tendieren, wenn wir etwas nicht verstehen und dann wieder zu den alten Zivilisationen zurückkehren. Die denken dann, was zum Teufel ist das? Das sind die Götter, die verärgert über uns sind und die Sonne oder den Mond verdecken. Und dann, all diese Angst ist Ahnenangst. Es gibt eine Nische, die sich damit befasst und hilft, sie zu beseitigen. Deshalb denke ich, dass es in unsere DNA eindringt, wo wir denken, oh, was wird jetzt passieren? Es ist herrlich. Das ist es. Du hast früher erwähnt, was passiert, wenn wir sterben. Jeder hat Angst vor dem Tod, denn uns wurde beigebracht, dass nach dem Sterben entweder fliegen oder braten wirst. Stimmt's? Deshalb fürchten wir uns. Doch wenn ich jemanden am Lebensende scanne, Alex, umgeben uns Engel, Geister verstorbener Lieben und Haustiere. Es ist wunderbar. Das verleiht herzzerreißendem und furchteinflößendem eine herrliche Note. Denn wenn wir das mit einem geliebten Menschen erleben, was bewirkt es? Es konfrontiert uns mit unserer eigenen Sterblichkeit. Und wir denken, oh, ich bin als nächstes dran. Was wird dann passieren? Ich glaube, dass wir in jedem Bereich unseres Lebens zuerst zur Angst greifen. Der Schlüssel ist zu unterscheiden, ob es echte oder falsche Angst ist. Angst ist falsch. Sie ist es nicht. Es ist keine rationale, vernünftige Angst. Etwas wird dir schaden oder dich töten. Ändere die Bedingungen, bevor es passiert. Irrationale Angst fühlt sich an, als ob sie es tun wird, aber sie wird es nicht. Aber der Körper weiß es nicht anders. Der Körper gerät so oder so in Kampf- oder Fluchtmodus. Wenn wir wissen, dass dies auf einem begrenzenden Glauben basiert, von den alten Kelten, die glaubten, dass Sonnenfinsternisse oder Mondfinsternisse böse, waren nun, nein, das sind sie nicht. Astrophysiker können es erklären. Mit einem wissenschaftlichen Grund für das Geschehen. Auf spiritueller Ebene erhöht es die Schwingung. Diese Schwingung ermöglicht es uns, eine Verbindung zum Geist herzustellen und Führung zu empfangen. Du hast also etwas angesprochen, einen Begriff namens Ahnenangst, Ahnenkarma, wenn du so willst. Kannst du da ein bisschen tiefer eintauchen? Das ist etwas, das ich vermutlich zum ersten Mal im letzten Jahr gehört habe. Ich habe das nie wirklich verstanden, bis jemand einer meiner Gäste es zur Sprache brachte. Und ich musste mich mit meinem eigenen Ahnenkram auseinandersetzen. Wir alle haben Ahnenkram. Und du beginnst zurückzublicken auf die Linie der Menschen von der Seite deines Vaters und der Seite deiner Mutter. Wie waren sie? Woher kamen sie? Und was bedeutet das für dich hier? Hast du jemals den DNA-Test gemacht? Nicht der DNA-Test, genetische Untersuchungen wie 20 and Me? Faszinierend. Ich habe es gemacht als Geschenk. Ich dachte, was? Ich bin teilweise was? Das ist verrückt. Und es ist beängstigend, wie genau es war, denn ich kannte meine Urgroßeltern, wusste, wo sie waren. Soweit reicht meine Kenntnis zurück. Weiter zurück, als das gehe ich nicht, was das Wissen darüber angeht. Aber es ist genau dort, wo sie sagten, dass es war. Das ist ziemlich bemerkenswert, wenn sie kurz darauf eingehen könnten. Ja, absolut. Die Angst der Vorfahren entsteht aus Überzeugungen und Geschichten, die tatsächlich Teil der DNA werden. Als Erfinderin und Geschäftsfrau habe ich gelernt, wie man Wu-Wu macht und lehre Menschen auf der ganzen Welt, sich mit dem Geist zu verbinden, um alles zu erreichen. Du beschäftigst dich mit früheren Leben. Du kannst mit verstorbenen Angehörigen sprechen. Du kannst mit jedem Geist sprechen. Es spielt keine Rolle, ob du sie kennst oder nicht. Du sprichst mit Geistern, die an Körper gebunden sind. Das spielt keine Rolle, all diese anderen Dinge. Also, meine Erfahrung, Alex, ist, dass, wenn ich eine Frage dazu habe, ziehe ich einfach den Geist heran, mit dem ich sprechen möchte. So, das wäre spaßig, das mit deinen Vorfahren zu machen. Das könnten wir irgendwann mal machen, wenn du möchtest. Unsere Köpfe sind wie große Satellitenschüsseln. Sie empfangen und senden Frequenzen. Jeder Geist hat eine Frequenz, die er durch all seine Leben hindurch beibehält. Um mit ihnen zu kommunizieren, musst du nur an sie denken. Und das stimmt deine Satellitenschüsselköpfe auf ihre Frequenz ab. Und dann öffnet sich eine Art Zweiwege-Funkkommunikation. Jeder macht das. Sie realisieren nur nicht, dass sie es tun. Und mit Übung kann man darin wirklich gut werden. Also Ahnenangst wäre so etwas wie, ich habe das mit Klienten gemacht, bei denen wir mit vielleicht einem ihrer Verwandten gesprochen haben, der im Konzentrationslager war. Viele Informationen sind verloren gegangen. Mein Klient möchte Einzelheiten über Dinge wissen. Ich habe eine Freundin, die Tochter eines ungarischen Grafen und einer Gräfin. Zu einem Zeitpunkt besaß ihre Familie, ihre Großmutter, acht Schlösser in Ungarn und sie verloren während des Krieges alles. Also versucht die Familie, einiges davon zurückzubekommen. Ihr Vorfahr im Geiste gibt ihr präzise Anweisungen, zu dieser Behörde zu gehen, diese Person anzurufen, solche Dinge zu erledigen. Durch diese Handlungen kann aufgedeckt werden, was der Vorfahr durchgemacht hat und negative Energie negiert werden. Energie ist weder gut noch schlecht. Sie ist einfach etwas, das uns ursprünglich und vertraut ist. Deshalb fühlt sie sich gut an oder schlecht. Dinge, die sich schlecht anfühlen, basieren immer auf Angst. Wenn wir also Angst haben, und das ist sicher dokumentiert, besonders bei Nachkommen von Holocaust-Überlebenden, haben diese oft emotionale Probleme, die keinen Sinn ergeben, aber es liegt daran, was ihre Vorfahren während des Holocaust durchgemacht haben. Also gehen wir zurück und sprechen mit den Vorfahren. Wir erhalten diese Informationen, betrachten sie anders. Und das löscht die Angst bei der Person, die heute lebt, weil es einfach etwas ist, das sie von ihren Vorfahren geerbt hat. Ergibt das Sinn? Es ergibt absolut Sinn. Ich möchte, dass die Leute das wissen, denn es ist mächtig. Es hat die Kraft, dein Leben zu lenken und in vielerlei Hinsicht zu kontrollieren, wenn du es nicht anerkennst und damit umgehst, denn es ist wie das Durchbrechen des Kreislaufs. Weißt du, wenn du als Kind geschlagen wurdest, schlägst du dann deine Kinder? Weißt du, und wenn du dann sagst, nein, ich werde meine Kinder nicht schlagen, oh, dann ist dieser Kreislauf jetzt durchbrochen, dann würden meine Kinder niemals, jemals verstehen, was war das? Wie war das? Und das ist so eine Sache, weißt du? Wenn in deiner Familie getrunken wurde, ich werde nicht trinken, durchbricht den Kreislauf. Genauso ist es mit der Ahnenangst und dem Ahnenkarma ein ganz anderes Fass, das man öffnen kann. Das wirklich Coole an der Ahnenarbeit ist, dass sie nicht nur für die Person in der heutigen Zeit heilend wirkt, sondern auch für die Ahnen. Sie erfahren Heilung und es heilt auch für die zukünftig geborenen Generationen. Es ist also wirklich kraftvoll, wenn wir an diese Informationen gelangen können. Ich arbeite auch mit früheren Leben. Und das macht so viel Spaß, Alex, denn wir können Dokumente erhalten, historische Fakten bekommen und online validieren. Ich kann mir diese Sachen nicht ausdenken. Aber das Interessante daran ist auch, bei den früheren Leben, dass ich so etwas wie ein Drehbuch sehe, das durch mehrere frühere Leben hindurchgeht, bei einer Person, und Sie werden das Drehbuch aus einer anderen Perspektive betrachten, sicherlich zu einer anderen Zeit, in einem anderen Geschlecht, oft unter anderen Umständen. Was passiert in der Welt? Wo sind sie? Welche Sprache sprechen sie? All diese Variablen. Aber das Interessante daran ist, es ist dasselbe Drehbuch, oder zumindest eine Ähnlichkeit desselben Drehbuchs. Und ich verwende oft Analogien, weil sie unserem menschlichen Verstand einen Bezugspunkt für all diese abgehobenen Dinge bieten, über die wir sprechen. Meine Lieblingsanalogie für frühere Leben ist, an Hamlet zu denken. Wie oft wurde Hamlet aufgeführt, seit Shakespeare es 1602 geschrieben hat? Wer weiß das schon? Aber sicherlich, wenn man die Variablen betrachtet, wie, wann wurde es aufgeführt, in welchem Jahr, was geschah in der Welt, welche Sprache, wo, wer waren die Schauspieler? Das gleiche Drehbuch, nur aus unterschiedlichen Perspektiven. Jede dieser Kabillionen male, dass es aufgeführt wurde. Und da Zeit in der Geisterwelt nicht existiert, ist Zeit eine menschliche Erfindung. Wir können eine ganze Menge vergangener Leben leben, und es ist vielleicht nicht einmal ein Wimpernschlag auf dem Radarschirm der Geisterwelt. Deshalb fasziniert es mich, wie wir eine fortlaufende Fortsetzung des Erkundens einer ähnlichen Handlung sehen werden. Sicherlich verstehst du das aus dem Geschäft, dem Umzug, dem Dasein im Filmgeschäft. Oh ja, absolut. Mehrere Handlungsstränge. Eines meiner Lieblingsthemen ist das Konzept, dass es kein früheres Leben gibt, keine zukünftige Zeit. Alle Leben finden genau gleichzeitig statt. Und was wir in diesem Leben tun, könnte im übertragenen Sinne in die Zukunft wirken, im übertragenen Sinne in die Vergangenheit. Und wenn du wirklich Kopfschmerzen bekommen willst, denk darüber nach. Jede wichtige Entscheidung erzeugt eine parallele Realität. Zum Beispiel, habe ich Sally gedatet oder nicht? Sollte ich mich als Medium zu erkennen geben oder nicht? Diese werden dann durchgespielt. Es gibt unendlich viele parallele Realitäten allein zu diesem einen, ganz zu schweigen von den anderen. Das führt zum Multiversum, und ehe du dich versiehst, bist du in der Welt der Quantenphysik. Ich liebe all das. Du schüttelst den Kopf. Du denkst so, ja, ja, natürlich, natürlich. Andere Leute, die das hörten, könnten explodieren. Aber es ist mein Konzept. Hier ist, was ich damit mache. Zuerst frage ich mich, verstehe ich es? Nein. Ist es machbar? Ja. Werde ich es im Himmel als Geist verstehen? Ja. Ich werde es sofort verstehen. Also, ich mache einfach. Ist es machbar? Nun, ja, alles ist machbar. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt immer Graustufen, genau dazwischen, und genau dorthin gehe ich. Ist es machbar? Ich habe viele Male vom Geist gehört, dass es tatsächlich mehrere Realitäten gleichzeitig gibt. Und so glaube ich, dass ich Zugang zu früheren Leben finde. Denn es ist, als würde ich in diese Filmbibliothek eintreten. Videothek, eigentlich wollte ich Videothek sagen, aber... Natürlich, Videobibliothek, genau. Und dieses Video läuft ständig. Und dann fügen Sie immer mehr Videos und noch mehr Videos und noch mehr Videos aus verschiedenen Erfahrungen hinzu, aus unterschiedlichen Leben, um das zu ermöglichen. Und das betrifft viele von uns. Ich habe eine Technik, die ich lehre und gerne teilen würde. Bitte mit Ihrem Publikum. Und das ist das, was ich die Zwei-Minuten-Regel nenne. Sie hilft uns wirklich, ein Leben voller Freude zu führen. Und wie es funktioniert, führt zurück zum Konzept der Angst. Ein Gedanke in unserem Kopf ist neutral und erhält erst durch unsere Interpretation Bedeutung. Dies löst entweder positive oder negative Emotionen aus, was als internes GPS-System fungiert, das wir besitzen. Wir sind fest verdrahtet. Der Schlüssel ist zu erkennen, dass alles, was sich schlecht anfühlt, ob Wut, Eifersucht, Langeweile, echte Angst, Trauer oder Sonstiges, eine niedrige Schwingung hat. Es ist nicht schlecht, sondern einfach eine niedrigere Schwingung. Zurück zum Thema Angst. Wir begreifen nicht, dass es sich schlecht anfühlt. Also wissen Sie, ist es echt, ist es falsch? Zwei Arten von Angst. Rationale Angst, irrationale Angst, rationale Angst. Etwas wird Ihnen schaden oder Sie töten. Ändern Sie die Bedingungen rechtzeitig. Irrationale Ängste und alles andere. Darüber haben wir gesprochen. Hier ist die Technik, Alex. Frag dich einfach, wird mich das in den nächsten zwei Minuten umbringen, wenn du einen schlechten Gedanken hast? Es ist eine Ja- oder Nein-Antwort. Im Spiel, wenn Ja, geh aus dem Weg, bevor dich der Bus überfährt. Das ist eine rationale Angst. Wenn die Antwort Nein ist, dann ist es eine irrationale Angst. Indem du das machst, kannst du das in deinem Kopf in einem Nanosekundenbruchteil tun. Was das bewirken wird, ist, dass es dich aus dem Kampf- oder Fluchtmodus heraushält, von einem autonomen Nervensystem. Denn wenn wir in den Kampf- oder Fluchtmodus gehen, was passiert dann? Unser Cortisol-Spiegel steigt, unsere Stresshormone steigen, das Blutwirrt aus unserem Gehirn abgezogen und fließt zu unserem Herzen und den Extremitäten. Damit wir vor diesem Bus, der uns jagt, oder dem Termin, zu dem wir zu spät kommen werden, weglaufen können, zwei sehr unterschiedliche Dinge. Aber beide lösen Angst im Körper aus. Und wenn wir Angst haben, verlieren wir die Klarheit. Also zurück zu deinem Ahnentrauma, wenn du so willst. Nun, ich habe diese Angst, wenn ich, wenn ich fliege. Und es gibt keinen Grund, warum ich die Angst habe. Ich nutze das als Beispiel, obwohl ich es selbst nicht tue. Viele Leute fliegen. Lass uns über deine Vorfahren sprechen. Ist ihnen etwas passiert, als sie geflogen sind? Ich hatte einen Klienten, bei dem es bis in die griechische Zeit zurückging. Und welcher griechische Gott kam der Sonne zu nahe und dessen Flügel schmolzen? Niemand sonst? Ach, Merkur. War es Merkur? Nein. Nein, es war der kleine Kerl. Oh Gott. Icarus. 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 Wir sind zu diesem Kerl zurückgegangen. Er kannte Icarus. Seine Flügel schmolzen, als er der Sonne zu nahe kam. Also hatten er und seine Familie Angst zu fliegen. Als wir das verfolgten, war er wie, oh mein Gott, wissen Sie, und dann. Es entkräftet die Angst, wenn wir erkennen, dass sie unbegründet ist und keine Kontrolle über uns hat. Zwei-Minuten-Regel. Es ist wunderschön, wunderschön, wunderschön. So oft wie nötig am Tag. Du kannst es in jeder Situation nutzen. Es ist kostenlos und praktisch, denn es funktioniert überall, wo dein Gehirn ist. Dein Gehirn ist meistens dort, wo du bist. Allgemein gesprochen war ich in Situationen, wo das Gehirn fehlte, aber das ist eine andere Geschichte. Ich werde es dir beibringen. Das hatte mit Rum oder Alkohol oder so zu tun. Ich bin mir sicher, es war irgendetwas Dummes aus meiner Kindheit. Du hast erwähnt, dass du mit deinen Geistführern sprichst und sie herbeirufst, um mit ihnen zu reden und Fragen zu stellen. Könnten wir das ausprobieren? Wie funktioniert das? Wie geht das? Ja, absolut. Also ich frage, du erklärst, wie funktioniert das? Das geschieht, indem ich mein Schwingungsniveau erhöhe, was nur einen winzigen Bruchteil einer Nanosekunde dauert. Ich scanne nicht wahllos Menschen, sondern arbeite hauptsächlich medizinisch. Ähnlich einem menschlichen MRT kann ich mit Erlaubnis jeden weltweit scannen. Ohne Zustimmung tue ich es nicht, da ich es für unethisch halte. Und dann sehe ich gebrochene Knochen, gerissene Bänder und so weiter. Bei meiner Arbeit sind die Geistführer des Klienten involviert, ebenso wie meine eigenen. Gott, das Universum, die Engel und ihre verstorbenen Lieben aus vergangenen Leben sind Teil dieser geistigen Verbindung. Es ist wie eine große Suppe, die ich Geist nenne. So erhalte ich Informationen und sehe Dinge in meinem geistigen Auge, die mir heruntergeladen werden. Ich nenne das göttliche Eingebungen. Und von dort aus geht es weiter. Also ja, stellt mir Fragen. Und dann ist es eine Verschmelzung des Geistes, der durch mich spricht. Ich meine, ich bin völlig klar, aber es ist ein Gespräch zwischen dem Geist, dir und mir. Okay, also was sehen Sie für die Menschheit im kommenden Jahr? Weiterhin im Wachstum. Die Dinge werden sich weiterhin verbessern. Wir erschaffen aus dem Kontrast heraus, wenn wir wissen, was wir nicht wollen. Ich bin ein Erfinder von weltweit verkauften chirurgischen Geräten. Wie habe ich sie erschaffen? Mit einem Abschluss in Kommunikationswissenschaften? Übrigens, ich kannte die Probleme bei bestimmten Operationen und konnte auf die Informationen zugreifen, bevor ich gelernt habe, wie man Wu Wu macht. Alle haben Zugang zu universellen Informationen. Wenn du an etwas denkst, schaltest du auf einen Kanal und lädst diese Informationen hin herunter. Und der Schlüssel ist, damit einen Schritt zu gehen. Wir laden ständig Informationen herunter. Aber nichts ändert sich, bis wir auf die Informationen, die wir erhalten, reagieren. Und hier kommt die Zwei-Minuten-Regel ins Spiel. Denn die meisten Menschen haben Angst, auf die Informationen zu reagieren, die sie bekommen. Wenn es sich gut anfühlt, mach einen Schritt. Handle danach. So werden wir weiterhin aus dem Kontrast heraus erschaffen. Aus den Kriegen und den Dingen, die vor sich gehen. Und es hat seit Anbeginn der Zeit Kriege gegeben. Aber schau dir auch das Gute an, das daraus hergegangen ist. Wir erkennen Dinge. Wir möchten die Art und Weise, wie Dinge getan werden, ändern. Wir haben Verträge. Wir haben andere Dinge, die daraus resultieren werden. Und es gibt Menschen, die Dinge auf verschiedenen Ebenen erkunden und erleben wollen. Es gibt Menschen, die Kriminelle sind und das erkunden wollen. Und dann gibt es Menschen, für die das gar nicht in Frage kommt. Und so erkunden sie etwas auf eine andere Weise, die sich besser anfühlt. Jede Erfahrung nützt uns auf irgendeine Weise, selbst wenn wir sie als schrecklich empfinden. In der Geisterwelt ist das anders. Sie denken, was werden wir damit anfangen? Was wird er daraus erschaffen? Sie empfinden es nicht als schrecklich. Wir hingegen tun es und müssen es auch, um unsere menschliche Existenz zu gestalten. Ist das verständlich? Das ergibt Sinn. Was ist deine Meinung dazu? Oder was hält der Geist davon? Die Wahlen, die dieses Jahr weltweit stattfinden. Es geht nicht nur um Amerika und nicht nur um Amerika, auf das natürlich alle schauen. Weltweit richtet jeder immer den Blick auf unsere Wahlen. Und sie sind, sie sind ziemlich wichtig. Sie sind immer wichtig. Was sage ich da nur? Weltweit finden dieses Jahr viele Wahlen statt. Es scheint ein entscheidendes Jahr zu sein für die politischen Erfolge, wenn man so will. Was ist deine Meinung dazu? Was sagt der Geist dazu? Alles entfaltet sich perfekt. Aufbauend auf dem Gesagten, es entfaltet sich alles perfekt, auch wenn es anders erscheint. Denken Sie an die Zwei-Minuten-Regel. Wenn dieser Typ gewinnt, werde ich in den nächsten zwei Minuten sterben? Nein, werde ich nicht. Also, das bringt Klarheit, bewahrt Sie an Ihrem Platz. Dann können Sie weitermachen. Alles geschieht perfekt. Wir formen jede Situation, die sich ergibt. Wenn wir das begreifen, ein großes, fortgeschrittenes Konzept von der geistigen Welt übermittelt. Erstaunlich, wie man voller Freude leben kann. Interesse an der Welt, ohne die tägliche Freude zu beeinträchtigen. Sich nicht über etwas grämen, das passieren könnte. Wir sind alle für Angst programmiert. Zurück zu diesem Konzept. Was tun wir also? Wir nutzen unsere Vorstellungskraft, um uns Dinge auszumalen, die wir nicht erleben wollen. Und leiden darunter. Verstehst du? Also, wenn wir das mit der Zwei-Minuten-Regel abstellen können und sagen, okay, das ist, weißt du, wenn das passiert, in Ordnung, es nützt mir auf irgendeine Weise, wie es wird interessant sein zu sehen, wie es sich entwickelt, welche Rolle werde ich spielen oder nicht spielen. Will ich in diesem Fall der Schöpfer sein? Wie will ich damit vorangehen? Es ist ein völlig anderes Konzept, als die meisten von uns kennen. Glaube an diese Entfaltung der Perfektion, von der du sprichst. Ich verstehe genau, was du meinst. Ja, das meine ich. Die schlechten Dinge, die in meinem Leben passiert sind, haben sich perfekt entfaltet, um mich zu dem zu machen, der ich heute bin. Einige dieser Dinge mochte ich wirklich nicht. Wie du manchmal auch nicht. Aber es ist, wie es ist, mit dem, was in der Welt geschieht. Werden die Dinge ein wenig turbulenter voranschreiten, damit wir können. Denn es scheint mir, dass die Dunkelheit aufzukommen scheint, aber damit die Dunkelheit aufkommt, da zeigt sich das Licht. Denn man braucht die Dunkelheit, um das Licht zu sehen. Wird es mehr Dunkelheit geben oder mehr Negatives, damit wir weiter aufsteigen können? Denn ich verstehe deinen Blickwinkel auf die positive Seite, aber es gibt so viele Menschen mit so viel Angst. Oh mein Gott, die Welt geht unter. Wir haben darüber gesprochen mit dem Nachrichtenzyklus. Und ich stimme dir vollkommen zu. In diesem nächsten Jahr, das aus irgendeinem Grund ein entscheidendes Jahr zu sein scheint, kommt die Sonnenfinsternis. Es hebt unsere Schwingung. Wir haben Wahlen am Laufen. Es gibt Kriege, die es schon immer gab, aber auch diese Kriege sind alt. Es gibt alte Konflikte, alte Ideen, um Himmels Willen. Meinst du das ernst? Die Währungssysteme und was mit der Wirtschaft passiert, all diese Dinge. Was erwartest du für dieses Jahr und den Rest des Jahrzehnts? Ich habe verschiedene Meinungen über unsere Entwicklung gehört. Wir stehen alle am Ende von allem, so höre ich. Es wird uns gut gehen und ein besserer Ort sein. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir dorthin gelangen. Ja, ja. Ich denke auch, dass es wichtig ist, sich zu erinnern, das große Ganze im Blick zu behalten. Wenn wir uns auf das Kurzfristige fokussieren, wirkt alles düster und trostlos. Aber wenn wir das große Ganze betrachten, wie von einem jordanischen Freund gehört, gibt es etwas Riesiges, von dem ich nichts wusste. Es war nicht in den Nachrichten. Ich habe nichts darüber gelesen. Vielleicht weißt du Bescheid. Es entsteht ein großer Kanal, ähnlich dem Suezkanal, vom Toten Meer bis zum Mittelmeer. Und wo mündet er? Im Gaza-Streifen. Und er wird Ben-Gurion-Kanal genannt. Anders als der Panama-Kanal. Es sind Milliarden und Abermilliarden von Dollar, die dafür verwendet werden, diesen zu bauen. Er wird eine gewaltige Menge Geld in diese verschiedenen Länder bringen, die alle dort sind. Also, es bringt einen zum Nachdenken. Geht es bei diesem ganzen Palästinenser-Israel-Ding wirklich um die Religion oder im Grunde genommen tatsächlich um Geld? Ich war erstaunt. Hattest du davon gehört? Er heißt der Kanal und Airwild Handel in beide Richtungen ermöglicht. Das Tote Meer liegt wirklich sehr tief. Daher werden die Schleusen, die sie bauen, völlig anders sein. Es werden all diese Resorts und so weiter entlang des Weges gebaut. Also, wie auch immer, worauf ich hinaus will, ist, dass unser ganzer 24-7-Nachrichten-Zyklus vieles vom eigentlichen Kern dieser Dinge beleuchtet. Ihr wisst, der Nachrichten-Zyklus will uns in Angst halten. Und sicherlich, um auf deinen Punkt zurückzukommen, es ist eine uralte Geschichte über die Konflikte im Nahen Osten, die sie seit Anbeginn der Zeit miteinander ausfechten. Russland und die Ukraine um Himmels Willen. Eine alte Geschichte? Richtig. Aber was steckt dahinter? Wenn wir uns darauf konzentrieren, worum es hier wirklich geht und uns nicht in kurzfristige Dinge verstricken und in die Angst verfallen, wird das heute in deinem Zuhause in den nächsten zwei Minuten Auswirkungen auf dich haben? Nein, wird es nicht. Also bleibst du fern von Angst. Und das ermöglicht es dir, das große Ganze zu betrachten. Und ich denke, das wird sich weiter entfalten. Und während wir erleuchteter werden, während die Schwingung des Planeten steigt, können wir uns zumindest dieser Machbarkeit zuwenden. Ich verstehe nicht wirklich, wie das funktioniert, aber ist es denkbar, dass es hier ein größeres Bild gibt? Ja, ich denke, wir können uns einig sein, dass es machbar ist. Es ist möglich. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, dann erhöht das unser Schwingungsniveau und es ermöglicht uns, mit dem Geist zu kommunizieren und dann haben wir Zugang zur universellen Intelligenz. Eine Analogie, die ich gerne dafür verwende, Alex, ist, dass wir alle ständig Energie um uns herum haben. Alles ist aus Energie gemacht. Alle unsere Verstorbenen Lieben, Engel, Geistführer, das ganze Programm, sie sind alle da. Wenn wir in niedriger Schwingung sind, kommuniziert der Geist nicht mit uns. Ich fühle mich miserabel, da die Schwingung zu niedrig ist. Stimmt. Wenn wir an einen Körper gebunden sind, schwingen wir langsamer, da der Körper Masse hat. Es ist, als würde man versuchen, einen elektrischen Strom durch Pudding zu leiten. Es wird verlangsamt aufgrund der Masse. Ähnlich wie an einem regnerischen Tag im Flugzeug, wo auch immer wir abfliegen, von welchem Flughafen auch immer, und auf der Startbahn sind. Dann heben wir ab und gelangen über diese großen Wolken. Was sehen wir? Blauen Himmel und weiße, flauschige Wolken, die schon immer da waren. Wir konnten sie einfach nicht sehen, wegen der Wolkendecke durch die Regenschauer. Regenschauer sind eine niedrige Schwingung, der blaue Himmel hingegen eine hohe Schwingung. Wir alle haben Zugang zu diesem Geist. Es geht darum, mit ihm zu kommunizieren. Das erreichst du durch Meditation und Gebet, sowie auf anderen Wegen. Es ist für uns alle zugänglich, da wir die Voraussetzungen dafür mitbringen und es in uns liegt. Es ist faszinierend, denn ich wollte gerade sagen, es ist wie Meditation. Du verlässt den Körper. Gewissermaßen. Auf eine Art verlässt du den Körper und du steigst auf. Während der Meditation erhöhst du die Schwingung, um Downloads zu erhalten, um Visionen zu bekommen, um Informationen zu erhalten. In, in einer, in einer. Und das sind alles Dinge, die mir passieren, wenn ich meditiere. Aber wenn du ein Meditierender auf einem gewissen Niveau bist, wie ein Meister, ein wandernder Meister oder ein aufgestiegener Meister. Wenn sie meditieren, sind sie weg. Sie sind einfach weg. Sie sind buchstäblich fort. Und sie können in verschiedene Reiche gehen. Ja, gehen. Du bist auf einem ganz anderen Level. Und das ist es, was ich meine. Aufgestiegene Meister faszinieren mich, wie sie es bei jedem tun sollten. Ebenso Yogis und yogische Kräfte, denn ich suche stets nach Verbindungen und dem Gesamtbild. Das ist entscheidend. Viele sehen nur den Elefantenrüssel, aber da steckt viel mehr dahinter. Ich versuche, die Punkte zu verbinden. Wenn aufgestiegene Meister ihre Schwingung erhöhen, können sie die andere Seite erreichen. Sie erhalten Zugang zu Informationen, die ihnen sonst verschlossen blieben, wenn sie Dinge mit niedriger Schwingung tun. Meiner Meinung nach ziehst du, wenn du auf einer höheren Schwingungsebene bist, keine Menschen mit niedriger Schwingung in dein Leben, da das nicht funktioniert. Du ziehst viele Menschen mit niedriger Schwingung in dein Leben, was nicht funktioniert. Deshalb mache ich Witze und frage, wann wurde ein Yogi überfallen? Das passiert normalerweise nicht. Nun, und ich denke, es ist wichtig zu erwähnen, Alex, dass dies nur eine Methode ist. Ich greife blitzschnell auf all diese Dinge zu, weil ich gelernt habe, wie es funktioniert, und ich lehre Menschen weltweit, wie sie es tun können. Wenn du meinen Kurs besuchst, wirst du es sofort beherrschen. Ich bin vollkommen bewusst. Ich kommuniziere mit jedem Geist und erhalte Zugriff auf alle Arten von Informationen. Es ist nicht notwendig, eine Stunde lang zu singen und fünf Minuten auf dem linken Fuß zu hüpfen und die rechte Hand zu heben und sich zu drehen. Es ist eine erlernte Fähigkeit. Das Gehirn kann neue, neuronale Pfade bilden und tut es auch. Man muss nicht. 50 Jahre lang studieren, um es zu können. Das ist ein Weg, es zu tun. Je öfter man es tut, desto versierter wird man. Vor allem, wenn wir Informationen vom Geist erhalten, können wir sie bestätigen und lernen, ihnen zu vertrauen. Je öfter wir es tun, desto mehr Bestätigung erhalten wir, desto mehr vertrauen wir darauf und dann wird es zur zweiten Natur. Genau da stehe ich jetzt. Kein aufgestiegener Meister, meditiere nicht täglich eine Stunde, aber kann sofort darauf zugreifen. Ja, genau das ist es und das ist hier noch ein sehr guter Punkt. Es gibt viele Wege zum selben Tempel oder zum selben Ende der Reise. Es ist nicht immer nur ein Weg. Du könntest in einer Höhle im Himalaya sitzen und 50 Jahre meditieren. Wahrscheinlich erreichst du, wenn du es richtig machst und trainiert bist, ein gewisses Niveau der Erleuchtung oder du könntest es 50 Jahre lang machen und nichts erreichen. Wer weiß, du könntest deinen Kurs machen oder ein Buch lesen und dann verstehst du es sofort und kannst irgendwo hingelangen. Es hängt auch von der Person ab, von dem, was sie sind, wo sie stehen. Auf einer evolutionären, spirituellen Ebene gibt es viele Wege zum selben Ziel und das ist der Fokus meiner Show. Ich zeige verschiedene Lebensweisen und Wege auf. Ich habe erleuchtete Quantenphysiker und weniger spirituelle Menschen getroffen. Es ist faszinierend zu sehen, wie individuell Menschen ihren spirituellen Weg finden. Oder? Und ich denke, darüber hinaus bedeutet das, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Der Jogi-Meister, der in einer Höhle sitzt und 50 Jahre meditiert, das ist es, was er in dieser menschlichen Inkarnation erforschen wollte, während jemand anderes das anders erforscht. Wir sind hier, um die menschliche Erfahrung zu machen und wie wir sie gestalten. Wie cool ist das? Zurück zum Thema Schöpfung, wenn man darüber nachdenkt. Wir erschaffen unser ganzes Leben lang, solange wir leben und wenn wir fertig sind, kehren wir zurück in den Himmel. Im Himmel erschaffen wir, was unser nächstes Leben sein wird und reinkarnieren. Der Schöpfungsprozess ist fortlaufend, endet nie. Es ist ein Abenteuer. Es ist eine Reise, die wir alle kennen. Und du ganz besonders. Und ich auch. Es gibt Dinge, die waren Abenteuer in unserem Leben. Dann erreichen wir das Endergebnis, das Ziel, auf das wir die ganze Zeit hingearbeitet haben. Und was machen wir dann sofort? Wir erschaffen etwas Neues. Wir entwickeln eine weitere Idee, um etwas anderes zu schaffen. Es hört niemals auf. Jeder ist so. Jeder hat einen Zweck. Jeder ist eine wertvolle Person. In der Gesellschaft, in der Menschheit, unabhängig von Vergangenheit und Erfahrungen, alles trägt zum Kollektiv bei. Das sind Informationen der universellen Intelligenz, zu der wir Zugang haben. Ist es nicht interessant, dass die meisten Menschen im Westen mit 65 in Rente gehen und quasi aufs Alten teilgeschoben werden? Oder so ähnlich? Ein hoher Prozentsatz stirbt innerhalb von fünf oder zehn Jahren, weil sie ihren Lebenszweck und ihre Schaffenskraft verloren haben. Viele denken, sie könnten einfach am Strand sitzen, Pralinen essen und Daikiris trinken. Das wird alt. Ja, wirklich. Also zumindest ich. Ich kann das jetzt schon nicht. Ich plane weiter zu arbeiten oder zu kreieren, bis ich fertig bin. Das Konzept der Rente stammt aus dem Industriezeitalter und ist etwas sehr Altes. Stimmst du dem allem zu? Ja, ich stimme zu. Und es ist interessant, denn Zufälle gibt es im Leben nie. Gestern hatte ich ein Gespräch mit einem Kunden, der in den Villages in Florida lebt. Und ich sagte, ich glaube, dass die Villages und für diejenigen unter euch, die nicht wissen, wo man nicht spreche, es ist eine Gemeinschaft von Menschen. Ich denke, 55 Jahre und älter oder so. Und sie bieten viele Aktivitäten und Möglichkeiten, Neues zu lernen und Worträgen beizubauen und dergleichen. Im ganzen Land und sogar auf der ganzen Welt entstehen immer mehr solcher Gemeinschaften. Die Entwickler versuchen, weltweit die blauen Zonen nachzubilden, wo es um Gesundheit, Essen, Spiritualität und vor allem um ein Gemeinschaftsgefühl geht. Die meisten Menschen sprechen, wenn sie in Rente gehen, darüber, wie einsam sie sich fühlen und wie sehr sie die Gesellschaft von Menschen vermissen. Denn wir sind Rudeltiere. Wir müssen unter Menschen sein. Und ich glaube, genau das fördern diese Gemeinschaften. In den betreuten Wohnanlagen und den Gemeinschaften wie den Villages und anderswo. Es gibt viele davon in Arizona, Nevada, Florida und wahrscheinlich auch in Texas, wohin die Menschen ziehen, weil es dort viele Aktivitäten gibt, damit sie nicht nur zu Hause sitzen und dahin vegetieren und dann enden. Weißt du, sie entscheiden sich, zurück in den Himmel zu gehen, weil sie vor Langeweile umkommen. Oder? Im Ernst? Ja, genau. Also, lass uns über die Wirtschaft sprechen, da viele Angst vor den wirtschaftlichen Veränderungen haben, die weltweit stattfinden. Geld, Geldsysteme, Wirtschaftssysteme. Viele Menschen denken oft, dass das gesamte System manipuliert ist, was offensichtlich in vielerlei Hinsicht der Fall ist. Und zwar in sehr, sehr vielen Aspekten. Wie siehst du also die Zukunft der Weltwirtschaft? Sowohl in diesem Jahr als auch darüber hinaus. Ich habe das Gefühl, dass alte Institutionen in Politik, Gesundheitswesen, Bildung und sogar in religiösen Bereichen Risse zeigen und anfangen zu bröckeln, da etwas Neues sie ersetzen muss. Ich würde gerne deine Meinung hören. Ich denke, das baut auf allem auf, was wir bisher besprochen haben, während unserer gemeinsamen Zeit heute, dass man das Alte zerbrechen muss, damit das Neue entstehen kann. Als du gefragt hast, wie die Situation in der Welt sein wird, habe ich gehört, dass sich alles wieder perfekt entfaltet. Es wird wirklich gut werden. Und wenn wir etwas nicht verstehen, was machen wir dann? Wir verfallen in Angst. Sofort. Wir verfallen in Angst. Ich glaube wirklich, dass wir zu einer digitalen Währung übergehen werden. Ich denke, das wird früher als später passieren. Trotz des Pessimismus wird es für uns alle vorteilhaft sein. Und wenn du von digitaler Währung sprichst, nutzen wir im Grunde bereits eine digitale Währung, da Kreditkarten und Banken dominieren. Wenige Menschen verwenden Bargeld, zumindest im Westen, während sie mit Goldbarren herumlaufen. Also, wenn du digital sagst, meinst du dann so etwas wie Bitcoin und ähnliche, oder reden wir lieber über das, was wir haben? Ich bin unsicher, ob wir noch Dollarscheine haben werden. Alles wird wohl digital abgewickelt. Das Geld, das wir nutzen, wird im Westen wohl Sammlerstücke sein, da sich das ändern wird. Es wird wohl auch global als Währung angestrebt. Es gibt viele Informationen darüber da draußen. Wenn ich den Geist frage, ob es eine globale Währung geben wird, erhalte ich ein Ja. Es wird sie geben. Verstehe ich, wie sich das alles entfalten wird? Nein. Das Wichtigste bei zukünftigen Ereignissen ist, dass sie veränderlich sind. Es gibt unzählige Variablen, die ein Ergebnis beeinflussen können. Ich kann euch also nur das mitteilen, was ich in diesem Moment erfasse. Vielleicht ändert es sich nächste Woche, nächsten Monat oder nächstes Jahr. Sicherlich besteht die Wahrscheinlichkeit, dass einiges von dem, was wir jetzt vom Geist erhalten, gleich bleiben wird. Aber selbst der Geist weiß es nicht. Denkt an all die Variablen, die ein Ergebnis beeinflussen können. Und diese Variablen können sich blitzschnell ändern. Wenn es um Geld geht, kann sich schnell etwas ändern. Und unerwartete Ereignisse können auftauchen, die den Verlauf beeinflussen. Ich sehe eine globale digitale Währung in der Zukunft. Das ist mein aktuelles Verständnis. Aber soweit ich verstehe, können Medien und Channel-Medien, also Medien und Channel-Medien, sozusagen die Zukunft vorhersagen, aber es ist die potenziellste oder die wahrscheinlichste Zukunft, wie wir uns gerade bewegen. Mit anderen Worten, also wissen Sie, das wird passieren, aber wenn sich etwas ändert, dann ändert es den Verlauf davon. Deshalb ist es nie ein perfektes Szenario. Ist es wahrscheinlich? Ja. Also ist es wahrscheinlich, dass ein Komet uns im nächsten Jahr trifft? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es, wissen Sie, nicht passieren. Aber wenn man sagen würde, wissen Sie, der Komet, da kommt ein Komet, er wird im Jahr 2035 einschlagen. Aber es kann viel passieren zwischen jetzt und dann. Alle unsere Energien sind darauf ausgerichtet, dass dies geschieht, bis sich etwas verändert. Also habe ich neulich von jemandem gehört, dass 9-11 sehr wahrscheinlich war und alles, was in der Welt passierte, zielte auf so etwas ab oder der Zweite Weltkrieg. Da war etwas, es war einfach so. Die Energie bewegte sich in diese Richtung und es schien fast unvermeidlich, weil so viel Energie darauf konzentriert war, dass es wirkte, als ob dies geschehen wird. Aber oft ist es etwas nebliger. Viele Vorhersagen, über die wir sprechen, können nebliger sein und sich blitzknell auf vielerlei Weiße ändern. Übrigens, als sie von einer Weltwerdung spraschen, habe ich das auch von anderen Gästen und aus dem Geistigen gehört, dass es eine Weltwährung geben wird. Aber es wird verschiedene Währungen geben, die alle gleichwertig sind. Es gibt keinen Währungsumtausch mehr. Kulturell kann ich meinen Euro behalten oder meinen Dollar behalten. Sie alle haben denselben Wert. Statt dieses unsinnigen, oh, das Pfund ist mehr wert als dies oder das. Und man kann quasi sehen, was passiert ist. Der Euro war, ich meine, schau, wie viele Länder im Euro sind und da war die deutsche Mark und dies und das, weißt du, die Lira und all diese Dinge und sie haben sich quasi zu einer Währung vereint und es wird mehr von diesen Kombinationen geben. Ergibt das Sinn? Das stimmt nicht. Du bringst zwei wirklich gute Punkte auf, auf die ich gerne näher eingehen würde, wenn möglich. Der erste ist, wenn wir Informationen vom Geist erhalten, müssen wir für die Interpretation offen sein. Denn eine Weltwährung, könnte man so betrachten, dass wir alle den Globus nutzen. Weißt du, sie wird der Globus genannt. Das ist die Währung. Der Globi. Der Globi. Wir alle benutzen den Globi. Da haben wir es. Der Globi. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Interpretation, die du erwähnt hast, ist, dass alle Währungen denselben Wert haben könnten, kurz- oder langfristig. Jedes Land könnte jedoch seinen eigenen behalten, ohne Wertänderungen wie beim kanadischen im Vergleich zum US-Dollar. Das ist Punkt eins. Ein weiterer Punkt, den ich aufgrund deiner Bemerkung vor einer Minute, Alex, ansprechen möchte, ist, dass wir als Kollektiv durch gemeinsame Gedanken das Potenzial haben, Dinge mit unserer Energie zu beeinflussen, da Gedanken Energie sind. Ein gutes Beispiel dafür ist, wenn jemand in deiner Familie krank ist und du sie in eine Gebetskette einschließt, um für sie zu beten. Zum Beispiel deine Mutter, die am Donnerstag operiert wird. Dann konzentriert sich viel Energie auf sie, während sie in Austin, Texas operiert wird. Ich habe ähnliche Beispiele im Operationssaal gesehen. Als Erfinder von weltweit verkauften chirurgischen Geräten habe ich viel Zeit in Operationssälen verbracht und beschäftige mich jetzt mit Fernrealität und Fernwahrnehmung. Ich habe die Fähigkeit, weltweit alles zu beobachten. Wenn jemand operiert wird, kann ich mich mit ihrem Geist verbinden. Ich kann dir sagen, wie viele Chirurgen im Raum sind, die Narkosegeräte überwachen und in welcher Phase des Eingriffs sie sich befinden. Es ist faszinierend, wie sich immer ein bestimmtes Szenario wiederholt. Der Schutzengel des Patienten schwebt über dem Kopf des Anästhesisten. Stets befinden sich Geister der Chirurgen über den Köpfen der tatsächlich operierenden Chirurgen. Sie beraten sie und je nachdem, wie viel für diese Person gebetet wird, sind auch Geister von Chirurgen, von Familienmitgliedern und Freunden, verstorbene Lieben im Operationssaal anwesend. Und sie reihen sich auf, gleichsam wie in einem Amphitheater, wie in U-Form am Fußende des Operationstisches. Und ich kann immer erkennen, wenn viel für diesen Patienten gebetet wird. Denn je mehr Gebete gesprochen werden, desto mehr Geister sind im Raum. Es ist so, als ob unsere Absichten nicht nur die Person beeinflussen können. Und ich benutze dies nur als Beispiel. Es kann auf alles zu treffen, aber es bringt auch unsere Helfer herein, wissen sie, unsere verstorbenen Lieben, unsere Engel, unsere Geister. Und ich habe ein ganzes Kapitel in meinem Buch darüber, was im Operationssaal passiert, und ich finde das faszinierend. Ja, ja. Engelhafte Anwesenheit. Was passiert wirklich, wenn wir von diesem Leben in das nächste übergehen? Dieses Buch hier. Wer eine kostenlose Kopie möchte, besucht einfach julieryengift.com julieryengift.com und erwähnt, dass man dich in Alex' Show gehört hat, um eine kostenlose Kopie zu erhalten. Aber das andere ist auch, dass es zu einem weiteren Gedanken überleitet. Alex, wenn ich darf. Unsere verstorbenen Lieben, Engel, Geistführer, sind immer um uns, glücklich zu helfen. Sie greifen nicht in unser Leben ein, sondern senden uns Ideen. Sie werden nicht eingreifen, aber Ideen senden. Aber Junge, wenn wir sie um Hilfe bitten, sind sie sofort zur Stelle. Und sie werden kommen und uns bei allem helfen, um was wir bitten. Ich habe eine Freundin, Schreibdozentin an der Columbia University in New York. Jeden Morgen spricht sie ihre Gebete und hat eine Liste für all ihre verstorbenen Lieben, Engel und Heiligen. Sie sagt dann, Mama, ich brauche deine Hilfe bei diesem. Papa, ich brauche deine Hilfe bei jenem. Sankt, Antonius, ich brauche deine Hilfe. Sie sagte immer, dass ihre Wünsche erfüllt werden. Ich denke, das ist etwas, das wir über die Zeitalter hinweg getan haben, aber als wir gebildeter wurden, haben wir uns vielleicht davon entfernt. Denk daran, wenn du etwas brauchst, die Leute sagen, hey, ich brauche einen Parkplatz, spiel damit, mach das, hey, ich brauche dies. Kannst du mir helfen? Das sind Gebete. Sie unterstützen uns von Herzen gern. Nun, da das gesagt ist, möchte ich darauf aufbauen, denn viele Leute werden das hören und denken, naja, ich hätte gerne einen Porsche, aber so funktioniert es nicht. Eine Sache, die ich herausgefunden habe, und das war sehr prägend in meinem Leben, ist, dass du vielleicht um etwas bittest, für das du noch nicht bereit bist, auf deinem, auf deinem Weg, und du könntest sehr frustriert werden, weil du nicht bekommst, was du willst, aber du bekommst, was du brauchst. Das ist so, so kraftvoll im Verständnis deines Lebens, denn während meiner Filmkarriere bekam ich Einblicke. Ich wäre direkt neben einem großen Filmstar. Ich kam in den Raum und hätte fast diesen großen Filmdeal bekommen, und es wurde mir ständig verwehrt. Türen würden sich schließen, selbst wenn sie sich öffneten, sie neckten mich, sie würden sich schließen, und dann durfte ich gelegentlich mit einigen erstaunlichen Leuten arbeiten, aber es lief nie genau so, wie ich es wollte. Und wir alle als Filmemacher, wir alle wollten Spielberg sein. Wir alle wollten, wissen Sie, Quentin Tarantino sein. Wir alle wollten diese Art von, diese Art von Ikonen sein. Aber dann im Rückblick dachte ich, oh, ich hätte mich selbst zerstört, hätte ich damals diese Art von Geld, diesen Ruhm bekommen. Und dann das Letzte, was ich wirklich faszinierend finde, als ich meinen ersten Podcast hatte, war, dass ich mit all diesen Oscar-Preisträgern und großen Filmstars sprach, sie sind jetzt in meinem Adressbuch, für all diejenigen, die überhaupt wissen, was ein Adressbuch ist, für meine Kontaktliste auf meinem Handy. Es wurde so wohl, ich hätte vor fünf Jahren für jeden von ihnen getötet. Und jetzt, da ich sie habe, nutze ich sie nie. Ich dachte, ist das nicht faszinierend? Ist das nicht faszinierend? Und es ist auch so witzig, denn jetzt habe ich im Grunde jeden medialen Berater, jeden Kanal, mit dem ich sprechen möchte. Ich könnte wohl jederzeit das Telefon nehmen und Sitzungen über mein Leben bekommen. Tu das niemals. Äh, ruf nicht an. Julie, kannst du, ich meine, ich kann nicht. Julie, kannst du mir eine kostenlose Sitzung geben? Ich einfach. Ich mache das nie. Wirklich selten mache ich so etwas. Und das liegt daran, dass ich es nicht brauche. Vor zehn Jahren wäre dein Telefon alle fünf Minuten explodiert, Julie. Ich hätte gedacht, was passiert da? Was wird geschehen? Wann werde ich meine Frau treffen? Wann werde ich? Wann werde ich es groß rausbringen? Das sind Fragen, die ich hinzufügen würde. Also es ist ein langer Weg. Ich war. Ich wollte das nur betonen, weil viele Menschen an Dinge wie das Gesetz der Anziehung und das Geheimnis denken und um Hilfe bitten. Versteht, dass ich einen Porsche will. Ein Porsche wird nicht einfach morgen auftauchen. Es sei denn, du brauchst ihn wirklich jetzt. Nun, du hast einen guten Punkt angesprochen. Wir haben früher darüber gesprochen, wie wichtig es ist, offen zu sein für das, was kommen wird. Zweitens, der Geist kennt unsere Lebensbahn und was wir hier erleben sollen. Viele von uns, auch du, Alex, waren am Boden zerstört, als eine Beziehung endete. Wir dachten, wir würden nie wieder lieben. In der Drama-Phase dachten wir, oh mein Gott. Doch Jahre später denken wir, Gott sei Dank, dass wir diese Person nicht geheiratet haben. Das war wirklich knapp, der ich ausgewichen bin. Genau. Das ist nur ein Beispiel. Wir können viele finden. Wenn wir darauf vertrauen, dass sie alle reine Liebe sind und uns auf unserer Entdeckungsreise unterstützen und wenn wir dorthin gehen, wohin wir geführt werden und den Mut haben, den goldenen Eierstock-Mut oder den Brustball-Mut zu zeigen. Mädchen haben goldene Eierstöcke und Jungs haben Brustbälle. Mutig genug sein, zu handeln, nach der erhaltenen Führung. Es spielt keine Rolle, ob du 50 Leben damit verbringst oder ob du in den nächsten 5 Minuten handelst. In den Geisterwelten existiert Zeit nicht. Das ist ihnen gleichgültig. Deinem Geist ist das egal. Es geht nur um das Abenteuer. Es geht darum, zu erschaffen. Es geht um die Entdeckung. Ich denke auch, dass du absolut richtig liegst. Ich stimme voll und ganz zu mit dem, was du gesagt hast. Nun, Julie, eine letzte Sache, die ich dich fragen wollte, ist, dass es da noch etwas gibt, um das viele Angst haben. Ich gehöre zu denen, die diese Frage ohne Furcht betrachten. KI, plötzlich ist die KI da. Sie existiert schon eine Weile, aber das Konzept der KI ist plötzlich überall. Es hat, es hat, es hat übernommen. Es ist überall. KI, KI. Vor einem Jahr haben wir in unserem letzten Gespräch nicht einmal über KI gesprochen. KI war wie ein Flüstern. Es ist bemerkenswert, wie schnell sie sich in den Zeitgeist eingefügt hat, dass jeder sie gesehen hat und denkt, es ist Terminator. Wir stehen alle vor dem Ende. Es wird die Menschheit zerstören. Das glaube ich nicht. Ich denke, es gibt spirituelle Schutzvorrichtungen, dass die Menschheit sich dagegen entschieden hat, dass das passiert. Aber ich möchte deine Meinung hören. Wenn du aus spiritueller Sicht zum Publikum über KI sprechen könntest, über deren Einfluss auf die Menschheit und auch auf die spirituelle Evolution. Es beschleunigt den Prozess. Die spirituelle Evolution der Menschheit wird dadurch beschleunigt. KI ist fantastisch, ein Werkzeug für uns Menschen, um unser Wissen, unsere Ressourcen effizient zu steigern, damit wir weiterhin erschaffen und das Leben voller Freude gestalten können. KI ist ein Teil des großen Ganzen. Und wieder komme ich auf die Zwei-Minuten-Regel zurück. Wenn du KI beim Briefe-Schreiben nutzt, bringt es dich in den nächsten zwei Minuten um? Nein, das passiert nicht. Es kommt wirklich auf den Brief an. Ein schlechter Brief könnte dazu führen, dass die Person kommt und dich umbringen. Aber keine Sorge, ich mache nur Spaß. Und weißt du, Alex, du bringst noch einen guten Punkt. Wir alle entscheiden, wann wir geboren werden, wo wir geboren werden. Wir entscheiden alle, wann wir sterben, mit wem wir sterben, unter welchen Umständen, all das. Also, KI ist etwas, das da ist, um der Menschheit zu helfen. Und wir fürchten, was wir nicht verstehen. Und es gibt viele Leute, die Artikel schreiben und Geschichten erzählen und Filme drehen und was auch immer. Weißt du, was verkauft sich? Was ist das größte Genre im Filmgeschäft? Science Fiction. Oder? Ich dachte, es wäre Horror. Nein, schau dir die Top 20 an. Sieh dir die 20 erfolgreichsten Filme aller Zeiten an, hauptsächlich Sci-Fi und Comic-Verfilmungen. Nun, Horror, weil eine Emotion, ja, also Horror. Horror ist immer ein Garant für Einnahmen. Ja, aber siehst du, das ist sehr interessant. Und, ich möchte jetzt nicht abschweifen, aber wenn du dir die Top 20 Filme aller Zeiten anschaust, Horror, ich glaube nicht einmal, dass da ein Horrorfilm dabei ist, weil er erreicht einfach nicht dieses Niveau. Aber wenn du einfach bei den Grundlagen bleibst, drehst du einen Horrorfilm, wird er sich a lick, er wird ein gewisses Niveau erreichen, höher und schneller als alles andere, weil er Emotionen weckt, aber er wird nicht so leicht im großen Maßstab Erfolg haben, weil die Leute im großen Maßstab nicht mehr erschreckt werden wollen, weißt du? Also, das ist, das ist dabei. Ein der weiße Hai würde heute nicht passieren. Als der weiße Hai herauskam, war er der erste Blockbuster. Der weiße Hai würde heute nicht passieren, weil wir uns bis zu einem gewissen Grad weiterentwickelt haben. Interessanter Punkt dazu. Zurück zur Science Fiction. Als Kind habe ich die Jetsons geschaut. Ach ja. Wir verfügen über Bildtelefone. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Bewohner von weit entfernten Galaxien höchstwahrscheinlich fliegende Fahrzeuge besitzen. Rosie ist eine KI. Im Grunde genommen, ja, Rosie ist eine KI. Wir haben Roboterstaubsauger und all das Zeug. Vieles aus Sci-Fi ist Realität geworden. Als Filmemacher frage ich dich, sind diese Technologien ein Medium für all das? Kanalisieren sie Zukunft? Oder versuchen wir nur zu entwickeln, wie Präsident Kennedy sagte, wir werden bis zum Ende des Jahrzehnts auf dem Mond sein? War er ein Medium dafür? Sah er etwa in die Zukunft? Was, was geschah da? Und was ist mit all diesen Sci-Fi-Filmen los? Oh, ja. Also, wenn du wirklich zu H.G. Wells zurückgehen willst, war er der Erste. Diese Bücher sind so eng mit der Welt der Science-Fiction und Technologie verbunden, denn diese Konzepte, H.G. Wells-Konzepte, gab es vorher einfach nicht. Sie existierten einfach nicht. Kürzlich habe ich entdeckt, dass Charles Dickens eine Weihnachtsgeschichte, eine Nahtoderfahrung ist. Und ich habe wirklich nie zuvor so darüber nachgedacht. Und plötzlich dachte ich, oh, Moment mal. Heilige Sch... Das ist die gesamte Nahtoderfahrung. Also wirklich alles. Er ist nur nicht gestorben. Es war einfach so. Aber es war die Nahtoderfahrung. Pat, die Lebensrückschau. Alles. Diese Geschichten, die es schon immer gab, denke zurück an Da Vinci und weißt du, wie weit bist zu Platon. Das findet sich in der gesamten Literatur. Alles? Woher kamen diese? Später könnten wir genauer besprechen, wo Ideen herkommen und wie sie entstehen. Wann tauchen Ideen auf? 1900 mit KI zu erscheinen, würde für viele unverständlich sein. Wir waren damals noch nicht bereit für solche Informationen. Wir waren nicht bereit für die Idee des Autos oder die industrielle Revolution, bis wir es waren. Denn, das finde ich immer wieder faszinierend, im Mittelalter war bereits alles vorhanden, was nötig war. Alle Materialien auf diesem Planeten, die wir brauchen, um die Welt, in der wir heute leben, zu erschaffen, existierten im Mittelalter. Uns fehlte damals einfach die Information. Warum? Weil wir spirituell noch nicht so weit entwickelt waren, um damit umgehen zu können. Und ich sage immer, stellt euch vor, man hätte Chinggis Khan ein Maschinengewehr gegeben. Könntest du dir vorstellen, wie viel mehr Schaden dieser Mann hätte anrichten können? Wir hätten uns selbst zerstört. Hätten wir damals diese Technologie gehabt. Nicht, dass wir heute so toll sind, aber du verstehst sicher, was ich meine. Im Potenziellen sprichst du einen guten Punkt an, denn das Potenzial ist vorhanden, die Energie. Und dann bringen wir es hervor, wenn wir die Mittel haben, um es Wirklichkeit werden zu lassen. Mhm, genau. Und wenn wir bereit sind, wenn bestimmte Geschichten... Matrix kam 1999 heraus, zum 25-jährigen Jubiläum. Es war das erste Mal, das Konzept der Simulationstheorie trat in den Zeitgeist. Es gibt sie schon seit 7000 Jahren. Es wird Maya genannt, die große Illusion. Die Ureinwohner nennen es den Traum. Doch im Jahr 77 waren wir bereit für Star Wars. Die Spiritualität in diesem Film brachte uns Konzepte von der Macht, der Energie. Auf eine Weise in einer schönen und sehr spannenden Geschichte. Aber diese Ideen waren Samen, die in Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt gepflanzt wurden, die sonst nie auf diese Weise über Spiritualität nachgedacht hätten. Denn es ist, es war ein sehr spiritueller Film in vielerlei Hinsicht. Also, aber diese Ideen waren ihrer Zeit entsprechend. Sie mussten genau zu dieser Zeit herauskommen. Wie auch immer, ich könnte ewig Abschweifungen über Filme und Geschichten machen, das weißt du. Julie, es war toll, mit dir zu sprechen. Kannst du allen sagen, wo sie dich finden und mehr über dich und deine Arbeit erfahren können und wie sie dein Buch kostenlos bekommen können. Die Engel an deiner Seite. Ja. Ask you lyrian.com Meine Webseite. Ask Julie Ryan. Auf YouTube und Podcasts. Zwei Shows pro Woche. Du warst Gast in meiner Show. Wir haben YouTube-Kanäle und Podcasts. Ich habe jeden Donnerstagabend eine Call-in-Show, bei der Menschen aus aller Welt anrufen und mir eine Frage aus meinem Buffet der medialen Fähigkeiten stellen. Und das ist immer ein Riesenspaß, wie du weißt, Alex, denn ich weiß nie, wer anrufen wird und worum es bei der Frage gehen wird. Es kann um deine verstorbene Oma gehen, ich kann mit deiner Katze sprechen, deinen Körper scannen, wenn du medizinische Probleme hast, energetische Heilungen, frühere Leben, was auch immer. Es ist ein Knaller, jeden Donnerstagabend um 20.00 Uhr Eastern Time. Und das ist es eben. Frag Julie Ryan. Und wenn du alle Social-Media-Kanäle haben möchtest, ist das auch. Frag Julie Ryan. Frag auch Julie Ryan. Wenn du mein Buch kostenlos erhalten möchtest, besuche Julie Ryan Geschenk. Julie Ryan Gift.com Sag bei Alex Show gehört, wir schicken dir kostenlos ein Exemplar. Julie, es ist mir eine Freude und Ehre, mit dir zu sprechen. Ich bin sicher, wir werden dich bald wieder dabei haben, denn es gibt tausend Dinge, die wir könnten, ein ganzes Buffet an Themen, über die wir sprechen könnten, von Spiritualität. Vielleicht werden wir das nächste Mal in meine früheren Leben eintauchen und herausfinden, wann ich mal von einer Pyramide gefallen bin. Deshalb habe ich solche Höhenangst oder so ähnlich. Julie, vielen Dank, dass du wieder in der Show warst und mir geholfen hast. Ich liebe dich. Das weißt du. Ich verehre dich. Du bist eine meiner liebsten Personen auf diesem Planeten. Liebe aus Alabama. Danke fürs Zuschauen. Klicken Sie unten auf ein Video, um fortzufahren und vergessen Sie nicht zu abonnieren.